Für Alison und John ist es ein Wunder. Ihr Sohn Ethan kann hören, obwohl der Zweijährige von Geburt an taub ist. Möglich macht das ein beidseitiges Hörimplantat. Entwickelt wurde dieses mikroelektronische Wunderimplantat von Ingeborg und Erwin Hochmeier. Damit schafft das österreichische Ehepaar etwas, von dem Forscher seit langem träumen. Erstmals kann man die komplette Funktion eines Sinnesorgans ersetzen. Operativ platziert man das Hörimplantat unter der Haut. Ein Audioprozessor hinter dem Ohr nimmt analoge Schallinformationen auf, verarbeitet sie in digitale Signale und überträgt sie über eine Spule zum Implantat im Innenohr. Wir sehen hier ein schematisches Modell der Hörschnecke, der Cochlea. Hier sind die Härchen der Haarzellen. Diese leiten das Schallereignis an die Nervenfasern weiter. Und diese Nervenfasern liefern diese Information an das Gehirn ab und es entsteht ein Toneindruck. Bei Gehörlosen sind diese Haarzellen defekt. Das Cochlea-Implantat übernimmt deren Funktion und überträgt die Schallsignale direkt zum Hörnerv. Dort werden sie dann als akustische Signale wahrgenommen. Seit 38 Jahren stecken die Hochmeiers all ihre Energie in die Weiterentwicklung von Cochlea-Implantaten. Über 200.000 Menschen auf der ganzen Welt tragen heute ein Cochlea-Implantat, made im Hause Hochmeier. Es funktioniert. Es funktioniert seit über 20 Jahren. Da gibt es taubgeborene Kinder und die haben ein ganz normales Leben. Die nehmen Teil am ganz normalen, hörenden Leben. Für ihr Lebenswerk sind Ingeborg und Erwin Hochmeier nun für den Europäischen Erfinderpreis nominiert.